Ich habe mit Höhe eigentlich gar keine Probleme, aber jeder hat sein Kryptonit und meins sind, haltet euch fest. Alter, klärt schon ausgeschwitzt. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Moin Leute, grüße euch. Ich bin Jaco, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch unterwegs mit dem Alex auf Belgien-Tour. Und wir sind jetzt hier wahrscheinlich bei unserer letzten Location angekommen. Dieses riesengroße, verlassene Atomkraftwerk bzw. der Kühlturm. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir da reinkommen. Ich kenne es aus anderen Videos schon. Man muss auf jeden Fall ein bisschen klettern. Also von unten rein irgendwie. Über so Holzplanken. Mal schauen. Let's go! So, frisch gemacht. Neue Speicherkarte drin. Akkus in der Tasche. Kopflampe in der Tasche. Headstrap von Alex gerade noch geschnappt. Dass wir die GoPro uns vielleicht noch auf den Kopf schneiden können. Weil ich glaube, es geht jetzt hier vorne hinter den Büschen erstmal nach unten. Und dann kommen wir von unten da irgendwie rein. Ich habe das glaube ich mal bei Felix bei Adventure Buddy im Video gesehen. Dass man dann über irgendwelche Holzbretter nach oben klettern muss. Ihr wisst, ich habe Höhenangst. Das gehört auch noch alles dazu. Das Ganze da drüben. Und das da ist glaube ich, dieses Rohr geht da vorne über irgendwie so einen Fluss oder sowas glaube ich auch drüber. Ich glaube da unten steht auch alles unter Wasser. Zumindest im letzten Video war es so, wo ich das gesehen habe. Vielleicht haben wir echt Glück und es ist trocken. Ich sehe bis jetzt kein Wasser. Nee, kein Wasser. Crazy. Da unten sehe ich Wasser glaube ich. Wir checken das mal direkt aus hier. Wollen wir erstmal da drüben gucken gehen. Hier. Was? Hier. Und dann da hoch. Okay. Also hier ist doch Wasser unten drunter. Ist aber auch nicht tief. Hier ist die übelste Schlamm auch drin. Und da hinten liegen überall Paletten rum. Ich habe das bei irgendwem im Video gesehen. Da stand das Wasser wirklich bis zur Kante, wo Alex jetzt steht. Ich muss mal ein bisschen lauter sprechen wegen dem Wind glaube ich. Und hier schwammen überall Paletten drinnen rum. Ja, wir gucken einmal kurz uns das Gelände an und heben uns das hier glaube ich zum Schluss auf. Um jetzt nicht die ganze Spannung hier vorweg zu nehmen. Also bleibt dran Leute. Boah, das ist schon massiv. Echt richtig riesig. Boah, heftig. Da drüben ist ein großes Schleusentor. Und wir haben hier diese fette Brücke wo irgendwelche Rohre rüber gehen. Ich überlege gerade, wollen wir da rüber gehen? Wir müssen hier mal hochklettern. Ja. Leute, ich habe jetzt hier die GoPro auf dem Kopf. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier, Alex ist schon oben, hier hochkommen. Ich muss hier nochmal mein GoPro Stativ hier in die Tasche stecken. Gucken, dass alles jetzt hier fest verbaut ist und zu ist, dass nichts rausfällt. Und dann geht es hier los. Wie so die kleinen Äffchen hier. Okay, das wäre schon mal geschafft. Aber das Schlimme ist jetzt glaube ich, da rüber zu gehen. Ich glaube, das ist mir zu krass. Also ich kriege jetzt schon wieder übelste Gefühle, obwohl das hier gar nicht hoch ist. Ich darf einfach nur nicht runter gucken. Wir schauen mal, Leute. Ich kletter mal hier in die Mitte rein. Ich glaube, das ist angenehmer einfach so fürs Feeling, wenn ich hier nicht die ganze Zeit runter gucken muss. Weil man muss ja auch immer gucken, wo man hintritt. Ja, was soll's. Let's go, Leute. Leute, ich kann's nur wiederholen. Nicht nachmachen, sonst scheiß. Das macht natürlich schon mega Bock. Abenteuer erleben. Mal irgendwie über seine Grenzen hinausgehen. Und man muss halt manchmal einfach, wie Fritz schon immer sagt, aus der Komfortzone raus, damit man das Leben spürt und was erlebt. Oder hier in der Mitte halt. Das sieht noch besser aus. Immer an drei Punkten Kontakt haben, damit man nicht irgendwo abrutscht. Okay, das sieht gut aus hier. Nice. Yes. Nice, man. Muss ich dir anrichten. Haha. Hu. Alter. Klitschen, hast geschwitzt. So, jetzt geht's hier wahrscheinlich rein, ne? Ja. 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 Wir sind drin, Leute. Alex, der verrückte Affe, der ist gerade schon wieder hier rüber geklettert. Ich guck mal, ob es hier hinten irgendwo rum geht. Das scheint auch alles hier zu diesem Atomkraftwerk zu gehören, ne? Wir haben hier auch riesengroße Maschinen. Nicht nachmachen und vor allen Dingen auch niemals alleine, ne? Mach das immer mindestens zu zweit, dass wenn irgendwas passiert, einer Hilfe holen kann. Das ist echt sonst zu crazy sowas hier. Okay, hier geht's auch lang. Ich brauche nicht da rüber klettern, das freut mich. Alter, ist das massive. Boah, da oben geht's auch so weit hoch. Da fliegen irgendwelche Vögel da oben rum. Heftig. Boah, kann mich nur wiederholen, ne? Sowas kommt auf der GoPro halt überhaupt nicht rüber, diese Ausmaße, ne? Hier müssen auch irgendwelche übelst riesigen Maschinen drin gestanden haben. Sieht auch raus wie so ein Kühlsystem hier, ne? Du hast an der Seite überall diese Rohrleitungen und Lüftungen. Wahrscheinlich stand hier auch ein riesen Maschinen drin, ne? Da drüben ist nochmal so ein Loch. Und wurden dann halt von den Seiten gekühlt. Da haben wir sogar noch Überreste von solchen Maschinen. Immer aufpassen, wo man hintritt hier. Dass man nicht gleich in irgendein Loch reinfällt. Hier ist auch ein Loch. Hier liegen nur irgendwelche Spanplatten drüber. Deswegen hat hier schon jemand so ein Gitter draufgelegt, dass man da nicht reinsemmelt, ne? Auch immer aufpassen hier, wenn man auf sowas hier drauf tritt. Wer weiß, ob da drunter halt ein Loch ist, ne? Diese Löcher überall, ne? Da auch, ey. Boah. Ey, da kriege ich schon wieder ein zu viel, ey. Boah. Wenn ich weiß, hier unter mir geht es einfach nochmal so fünf Meter weiter runter. Aber es ist eigentlich alles Stahlbeton, ne? Aber trotzdem, du hast hier halt überall diese Löcher, wo du auch nur noch diese Stahlstreben drin siehst. Wenn man hier einfach mal steht und ganz leise ist. Das ist eine mega krasse Akustik hier drin. Du hörst den Wind irgendwo durchrauschen. Du hörst irgendwas knacken, knirschen. Dann knallt mal so eine Tür zu vom Wind. So eine Eisentür. Tauben flattern da oben irgendwo rum. Mega krasse Akustik hier drin. Ey, und diese Ausmaße, das ist so riesig. Boah, diese gruseligen Löcher hier überall und diese unglaublichen Maschinen. Ey, es ist so heftig. Da unten steht auch das Wasser drin, da sehe ich. Könnte man wahrscheinlich auch stundenlang hier drin rumlaufen. Man hat immer noch nicht alles gesehen. Vor allem für die Leute, die gerne rumklettern, ist das auf jeden Fall was. Da ist ein alter Aufzug auf jeden Fall in so einem Gitterkäfig. Da fliegt gerade einfach mal so eine Tüte durch die Gegend. Die kam gerade von da oben runter. Jo, ich hatte jetzt hier gerade wieder mega die Probleme mit meiner GoPro. Die ist super heiß geworden. Standbild, ging nichts mehr. Jetzt musste ich erstmal einen Akku wechseln. Einen kalten Akku sozusagen reinmachen. Der andere war super warm. Alex war gerade hier und meinte, er wollte gerade irgendwo von außen aufs Dach klettern oder irgendwo hochklettern. Aber das Problem sei, dass da was in ihm drin ist, was raus will. Also, ja, wie so ein kleines Alien, was irgendwo aus ihm rausschlüpfen will. Und jetzt hatte er nur so ein DIN A4 Blatt irgendwie Papier. Also so ein DIN A4 Blatt, so Druckpapier irgendwie noch in der Tasche. Und meinte, er muss jetzt mal ganz dringend irgendwo kacken gehen. Dann ist er eben hier einmal so lang gehüpft wie so ein junges Reh mit so einem DIN A4 Zettel in der Hand. Und dann kam er wieder auf einmal da lang gerannt. Also als wenn er irgendwie panisch einen Ort sucht, wo er dieses kleine Elchenbaby gebären kann. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ob ihr selber auf Lost Places geht. Manchmal, wenn die Aufregung einfach so groß wird, dann spielt die Verdauung verrückt. Und dann muss da einfach was raus. Komme was wolle, es muss raus aus dem Körper. Und ich meine nicht vorne das Flüssige. Ich bin schmutzig. Was? Ich bin schmutzig. Wie fühlst du dich? Ich will nur noch nach Hause und nicht duschen. Ich habe mir auch die ungeilste Stelle, glaube ich, gefunden. Weil da ist so ein halb offenes Garagentor. Das habe ich erst gecheckt. Und nachdem die ersten Leute so vorbeigehen, war ein deutsches Pärchen dabei. Oh, hier ist ein guter Zugang. Und ich so sitze am Staub. Ich bin schnell weggerannt. Echt, sind die weggerannt? Oh boy. Oh ja. Wir gehen jetzt wieder über die Brücke zurück. Und ich packe jetzt mal die GoPro hier Alex an seinen Schädel dran. Dann seht ihr das mal aus seiner Perspektive. Ich werde wieder unter diesem Rohr durchklettern. Und es geht los. Schade, leider keinen Zugang nach oben gefunden im Gebäude. Aber das sparen wir uns einfach für das nächste Mal auf. Okay, das wäre nichts für Taco. Der hat da gar keinen Bock drauf. Ich habe mit Höhe eigentlich gar keine Probleme. Aber jeder hat seinen Kryptonit. Und meins sind, haltet euch fest. Nacktschnecken. Kann ich gar nicht abhaben. Kann euch echt von kotzen. So, wo läuft der rum? Taco? Ah ja, da unten. Ich hoffe, dass es da auch irgendwie eine Leiter gibt. Dass ich da wieder runterkomme. Und da sind wir angekommen. So Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir nochmals herkommen. Und das gesamte Fabrikgebäude erkundschaften. Auch die ganzen Etagen. Da soll es noch Turbinen geben. Verschiedene Büroräume. Und da könnte man echt so den ganzen Tag das Gelände abstöbern. Finde ich auch mega interessant. Weil auf dem Dach auch auf dem Nebengebäude gab es auch Büroeinrichtungen. So sah es mal aus. Könnte man auf dem Dach eine Overnight machen. Stelle ich mir echt interessant vor. Und da ist auch schon Taco. Yes. Wir haben es geschafft. Das wäre gar nicht dein Ding da oben. Bei mir. Ich habe auch so ein bisschen Muffensausen bekommen. Ich habe mich eben noch überlegt, ob ich hier außen lang gehe, wo du vorher lang gegangen bist. Habe ich dann auch ein Stück gemacht, bis ich über dem Wasser war. Und dann wurde es wieder ganz kot. Ja, ja, ja. So, ich übernehme wieder. Wir sind wieder drüben angekommen. Zumindest fast. Hier geht es auch noch mal ein paar Meter runter. Da drüben waren wir gerade drin. Und jetzt geht es hier in diesen Kühlturm rein. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Hasta hin. Manniienisch. Da zieht euch das rein. Einfach so ein Drumset. Da unten liegt noch ein Verstärker oder Boxen, ich kann das nicht genau erkennen. Kann sein, ja. Das ist ein fettes Set, vor allem der Klang, wenn das hier schallt. Ich könnte das hier so als so eine apokalyptische Gartenlandschaft vorstellen, also die ganzen hier Hochbeete. Da kann man irgendwas anpflanzen. Das Ende dieses Abenteuers war auch der Beginn einer Freundschaft. Und es sind Freundschaften, Verbindungen mit Menschen, die dem Leben Wert geben. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, bei Alex für sein Vertrauen und für dieses unvergessliche Wochenende. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken, die immer meine Videos schauen, mir Zuspruch in den Kommentaren geben und mich damit motivieren weiterzumachen. Ohne euch wären diese ganzen Abenteuer nicht möglich. Ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020